So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Fry-Vlog heute am Freitag, ganz frisch aufgenommen hier, yo, yo, was geht und ich möchte einfach mal ein kleines Update fahren. Und zwar haben wir hier einen riesen Fernseher, hier haben wir eine Xbox und hier haben wir eine Fernsehkarte und hier haben wir, Moment, 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 und hier haben wir GTA 5. Das heißt, Xbox plus PC plus Fernsehkarte plus GTA 5 ist gleich Let's Play GTA 5 und Let's Play GTA Online, was los? Kommt wahrscheinlich nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag, keine Ahnung, ich muss es noch im Mainboard einbauen, deswegen, das dauert alles noch ein bisschen. Aber soweit habe ich eigentlich schon alles da, ähm, ja, das ist Los Santos, ah, hier ist ganz San Andreas, ist das San Andreas? Ich weiß gar nicht, ich glaube ja. Egal, ähm, ja, das wollte ich nochmal zeigen, ähm, es ist heute nicht, kein langer Vlog, aber es ist ein entscheidender Vlog, because demnächst gibt es GTA 5 und überhaupt Konsolengames gibt es demnächst was los, also das kann auch nicht jeder machen. Joa, das wollte ich einfach mal zeigen, ähm, ich bedanke mich jetzt schon mal wieder fürs Zuschauen und, äh, haut rein, bis zum nächsten Mal und freut euch drauf. Tschüss! Tschüss! Tschüss!